Ah, meiner ist zum Glück angegangen, aber es ist am meisten sicherer, wenn man zwei hat, weil manches Mal kriegt er die Tastendruck ja nicht mit. Also mittlerweile macht er bei mir keine Probleme mehr. Nee, das ist ganz selten, das ist ganz selten mal, aber es kommt halt mal vor. Wo plant ich denn dieses Spielzeug mal? Ich glaube, das Ding kommt mal hier hin. Ja, wo plant ich es denn? Ja, wo plant ich es denn? Und dann... So, la, la, la. Ja, genau. Einfach wirklich ausgemäht haben sich unsere momentan hier hiesigen Mitstreiter nicht dazu, ob sie in einen Vanilla-Urlaub mitgehen würden. Von Gott zu Fake kam eigentlich nur ein Kommentar, ich mach schon Vanilla-Urlaub. Das nehme ich als ein, nö, ich wäre nicht dabei an. Mal schauen, wie schnell er jetzt widerspricht, wenn er das hier sieht. Ich bin mal gespannt, wahrscheinlich innerhalb der ersten 10 Sekunden. Ach so, was mir gerade einfällt. Ähm, ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal förmlich für die, äh, Diskrepanz bei... Oh, ähm... Diskrepanz, Diskrepanz... Für die Diskrepanz... Äh... Hallo? Warum kann ich... Wieso? Ähm... Ja... Äh, jetzt... Wieso? Wie, 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 wie... Wie war das? Wartest du schon auf den Shutdown vom Server? Nee, ich frage mich gerade, was ich falsch gemacht habe, warum ich das nicht gelinkt kriege. Ähm, Moment, warte, warte, wo waren wir... Apropos Link, ja, da hab ich dann auch noch ne Frage, da muss ich mich auch noch mal gleich... Äh, wie gesagt, äh, Folge 88, entschuldige mich für die, äh, zu lange Folge. Hm? Ja, normalerweise haben wir doch beim Cutten meistens das Problem, dass er in der ersten, in unserer ersten Cut-Spur von der Videospur hinten was stehen lässt. Ja? So ein paar, so ein, so ein Null-Frame. Ja, 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 ja. So, das Interessante ist, das hat er bei mir jetzt aber bei meiner Modifik... bei der, äh, überarbeiteten Audiospur in der zweiten auch, in der zweiten Schneide, im zweiten Schnitt gemacht. Ach, nicht schlecht. Also bei der zweiten Folge. Und ich hab's nicht gesehen, weil, denkst du ja nicht dran, dass er das da eventuell macht. Ja, doch, also ich schon, weil ich hatte das auch schon, dass es mal in der vorletzten Schnitt-Folge hatte, aber wenn man's noch nicht gehabt hat, ja. Wie gesagt, ich hatte, ich hatte es bis jetzt immer nur in der ersten, dementsprechend ist jetzt Folge 88, ähm, 44 Minuten lang. Und nach 15 Minuten kommt, nach 14 Minuten kommt nur noch schwarzer Bildschirm. Ja, so schön, Schnitt Happens. Ja. Zwei für zwei ein Rehab machen. Äh, geht leider nicht, dann müsste ich dieselbe Folge noch ein zweites Mal rendern, ich hab das Rohmaterial nicht mehr. Ja, gut, das funktioniert aber zur Not auch, das musst du ja auch schon... Ja, aber ich bin da kein Freund, ich bin da kein Freund von, ich entschuldige mich an dieser Stelle, das ist auch förmlich dafür, ähm, und ich hoffe, ihr könnt's mir nachsehen, aber... Ich schliege im Bett, nur so als Info? Äh, ja, ich bin gerade immer noch im Überlegen... Wireless Access Terminal not linked. Wo muss ich das denn linken, verdammte Axt? Ja, zum Punkto linken, äh, da muss ich dich gleich auch nochmal... Könnt ich, wollt ihr eigentlich nicht in der Aufnahme, aber könnt ihr auch so machen. Verdammt nochmal, wie funktioniert das mit diesen beschissenen Linking-Buchs? Ähm... Ja, ich hab's ja noch nie benutzt, äh, ich hab das jetzt mal allein mit dem Biest versucht, habe mir zwei Linken... Da hat sich was, da hat sich was in Bezug auf vorher geändert, äh, da muss ich, äh, muss ich da, muss ich auch, müsste ich dann auch nochmal kurz nachschlagen. Also hergestellt bekommen habe ich sie, das war kein Problem, dann habe ich das eine Linking-Book bei mir in Behausung Nummer 1 mit Rechtsklick aktiviert, das zweite in Behausung 2, weil ich mir gedacht habe, schnellere Verbindung als, äh, über Nessa. Ähm... Muss ich da noch irgendwo eine Zwischendimension haben, oder, weil, ich guck, es funktioniert nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem, ähm, dimensionalen, also mit dem innerhalb einer Dimension, mit dem, äh, linken funktioniert. Das habe ich, das weiß ich hier in dem neuen Version nicht. In der eigenen Kruz, dafür ein Extra-Teil. Genau, weil machen wir das hier nicht eigentlich auch. Wollen wir mal gucken, wo haben sie denn hier? Hier, Gästezimmer normales. Ja, das machen, das, das machen sie, das kann man direkt mal gucken, ich weiß auch direkt... Ja, hier funktioniert's, so, buff, bin ich da. Äh, warte mal, ich, äh, das ist der Hasel-Kater, das ist Gästezimmer Nummer 1, hier steht das Linking-Book. Was hat er denn hier alles... Ja, funktioniert. Äh, Seite 1 von 1... Und... Ach, das hat... Hat er einfach nur mit dem Inkwell gearbeitet? Wollt er das Ding stehen? Äh... Linking-Book, äh, meins sieht genauso aus, nur ich kann's nicht aktivieren, das ist der Witz in der Sache. Ich kann da, wenn es im Book-Stand drin ist, drauf rumhämmern, wie sonst was, das funktioniert nicht. Und da frage ich mich, ob das vielleicht bei mir in der Lein-Mitten-Biest ein Fehler ist, oder ob ich da was anderes dachte. Mh, 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 da fehlt der... Hilfe. Achso, ich bin, ich bin zurück in das Zimmer, Bungee-Kord, na, sehr lecker. Ähm... Kann ich dir jetzt so eigentlich gerade auch nicht sagen. Na, dann hoffe ich mal, dass sie vielleicht bei meiner Folge dann in den Kommentaren mir reinschreiben, was da ran ist. Ansonsten vielleicht auch, oder hier... Ich kann auch zurück, ich muss es mir sowieso noch mal anlesen, weil ich auch noch, weil ich damit ja auch noch, weil ich ja hier auch noch damit was basteln will. Aber jetzt gerade weiß ich es so nicht. Und momentan stricht mich auch eigentlich gerade viel mehr an, dass ich das hier nicht, äh... Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt ja, äh, spoilern möchte ich jetzt ja nicht, was ich da gemacht habe. Deswegen, weil ich ja schon, äh, für die Weihnachts- und Neujahrszeit fast komplett voraufgenommen habe. Das hab ich fast sogar hingekriegt. Äh... Ja, und da hab ich jetzt halt einen neuen Standort, wo ich angefangen habe zu bauen. Das Problem ist halt nur schnelle Verbindung zwischen A und B. Und ja... Wie zur Hölle linke ich das denn jetzt? Das weiß ich jetzt natürlich wieder aus dem Kopf nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Du bist jetzt wieder bei deinem Linking-Problem, ne? Ja, Pettern. Also, wie gesagt, also ich hab das Linking-Book gebaut, so wie man es... äh, wohl machen soll. Äh... Und dann per Rechtsklick gemacht. Das heißt, es ist dann ja an den Ort gelinkt. Laut Beschreibung zumindest, wo es, äh, das gemacht wurde. Nur halt, es funktioniert nicht, dass ich zwischen den beiden linken Gips hin- und herspringe. Ich würde jetzt am liebsten kurz die Aufnahme beenden und es googeln. Ähm... Machen wir in neun Minuten. Alles klar, wir machen dann mal in neun Minuten kurzen Cut, weil das regt mich jetzt gerade auf. Ich möchte das gerne angeknüppert kriegen. Genau, da kann ich dann auch noch mal gucken. Ich glaub, wie viele Festplatten speichern ich noch habe. Ich hab, glaub ich, die Aufnahme von gestern, die ich gerendet habe, noch gar nicht gelöscht. Nur vorsichtshalber. Nicht, dass dann das ganz böse, äh, Fofar passiert. Jetzt muss ich gerade mal, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie weit reicht das Teil, äh... Die erschreckendere Frage ist, wie weit ging der Zwischenboden hier? Ah. Er ging bis hier. Mit ein bisschen Glück funktioniert das nicht. Äh... Hopp, 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 hopp. Ich brauche da mal ne Runde... Oh, Moment. Verdammter Husten. Okay. Eigentlich produziere ich genügend Energie. Oh, Moment. Ja, ich hab gerade mal, also, äh... Unser MI-Netzwerk nimmt langsam abstruse Größen an. Ja, wie war das? Benutzten MI, so schlimm ist es nicht, ne? Hm. Ja. Kommt auf die Dimension an. Wir verbraten ja auch bloß 270 Units per Tick gerade. 244 Kabel, 97 Storage Busses. Okay, die 96, 56, 56 sind von unserem, ähm, unserem Molecular Assembly Chamber. Dann haben wir 13, äh, Input Busses, 12 Interfaces, 12, ähm, Export Busses. Man muss ja sagen, bis jetzt. Acht Pattern Provider, vier, äh, normale Input Busses und dann noch den ganzen Steuerungskack. Also bis jetzt, ja, das wird noch ein bisschen mehr. Ja, alleine wenn ich meine Baumfarben da noch mit anknüpsele, die zwei. Und dann, du wirst bestimmt auch noch genug Spielereien haben und wer weiß, was dann noch alles kommt. Ja, wie gesagt, also eine Baumfarbe muss ich sowieso auch noch anbinden für die, äh, Lemon. Also die, 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 die aus, die, die, die kein Holz erntet, sondern ausschließlich, ähm, Brüchte. Mhm. Und davon muss ich die Lemon Trees auch erstmal züchten. Soweit bin ich immer noch nicht. Ich hatte wieder mal keine Zeit zwischendurch. Und nein, das liegt nicht daran, dass ich, äh, besagtes Spiel gespielt habe. Dazu komme ich noch weniger als, äh, mir lieb ist. Um ehrlich zu sein, ich habe es umgespielt. Bin, äh, in die erste große Stadt gekommen. Das war's. Oh, soweit bin ich da auch derzeitig. In Whiterun? Äh, man muss, ich müsste jetzt überlegen. Äh, nach dem Drachenkampf, dann, wo du den Bericht, äh, Bericht erstatten sollst über den Angriff, ne? Richtig. Ja, da bin ich hingekommen. Äh. Und den Drachen habe ich dann schon gelegt. Ja. Dabei, den Drachen, äh, ich weiß nicht, habe ich den Drachen schon? Ja, ne? Das, den Auftrag kriegst du ja dann vom König Kaiser, Schlag mich tot. Ja. Ja, irgendwie sowas. Und, äh, war relativ simpel, den zu killen. Dach jetzt nicht. Redstone? Check. Äh. Äh. Viertes Quartz? Check. Was fehlt? Hm. Hm. Moment, mal kurz in die Assembly Chamber geguckt. Da, hier ziehe ich das noch ein bisschen raus. Hm. Was? Glas? Fluix Dust. Okay. Achso, ich habe keinen Fluix Dust mit dem System, den muss er erst herstellen. Okay, dafür muss er erst grinden. Okay. Alles klar. So, erst mal wieder, das ist schon... Äh, ja, momentan. Momentan ist es wieder bei mir sehr interessant hier. Ich mache hier, äh, Dinge, die, äh... Äh, äh, was mache ich denn? Ich klop, Erde, ne? Was ist denn schon dabei? Das Axis Terminal, not linked. Jetzt fahr, jetzt so. So, mal gucken, bis... Oh, du läufst hier beim... Ach, hier bist du. Ja, ich hab hier was hingesetzt, aber es funktioniert noch nicht. Ich muss da erst, wie gesagt, nachgoogeln, wie ich die Anbindung mache. Fünf Minuten noch. Gut, was kann ich in der Zwischenzeit schon mal machen? Stimmt, dir auch schon mal so ein Teil bauen. Ich hab nämlich bis jetzt egoistischerweise nur eins gezimmert. Ja, ich weiß jetzt nicht, um was es geht, aber ich sag einfach mal ja. Dann brauchen wir wieder ein Axis Terminal und wir brauchen ein... Was sagst du eigentlich hier draußen zu den Wrathlams, beziehungsweise zu dem, wo drauf sie stehen? Äh, hab ich noch nicht geguckt, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ich, äh... Ist konkret. 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 Also, Beton. Du meinst... Ich wollt grad sagen, du meinst, das ist Beton, ja? Mhm. Oh, ich werd mal einen Fisch essen. Ja, den guten Fisch. Yum, 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 yum. Äh... Wir haben noch in dieser Woche, wir haben dann nächste Woche noch, ja... Ja, wir haben noch Masse... Wir haben noch Masse Zeit, also... Äh, naja, Zeit leider nicht. Wir haben noch Masse... Masse vorzu... äh... Masse aufzunehmen für die böse Zeit, ne? Hm. Ja, sieht auch nett aus. Joa, ne? Ui. Ja, da hab ich ein... Das hab ich allein mit einem Biest zufällig entdeckt. Und da kenn ich ja das aus Seven Days mit Konkreten. Da hab ich mir gedacht, okay, baust du hier das auch mal. Aus Jux und Tollerei. Ich fehlt... Oh, ein Leafblock. Verdammt, dass es die Ecke hier noch schneit, ärgert mich irgendwie. Kommt hier so eine Fackel hin. Eine große Fackel. Oh, ich hätte da... Ich hätte da im Zweifelsfall eine andere Idee. Wie du das Schneiden vermeid... Äh, Schneiden. Das Schneiden vermeiden kannst. Mhm. Du baust dir einen Turtle, setzt das hier hin, lässt das... Äh, 240... Na, nicht ganz so viel. 200 Blöcke nach oben gehen. Mhm. Moment, warte. Kannst du vergessen. 100 Blöcke. 100 Blöcke nach oben gehen und nimmst dir... Nimmst dir einen ganzen Sack voll Strings mit und packst die da oben hin. Okay. Dann kannst du hier unten nicht mehr schneiden. Aha. Okay. Wie sagt er jetzt mal nichts? Das geht. Glaubst du mir wieder nicht? Doch. Glaube ich dir schon. Es ist nur irgendwie irritierend. Ja. Es ist halt gewusst, wie spart Energie. Energies, äh... Anlinkt. Ja, die Frage ist immer noch, wie link ich die drücke. Äh, gleich haben wir es geschafft. Dann kannst du gucken. Mann, wir sind heute auch wieder sehr gesprächig, oder? Ich glaube, es ist echt zu früh am Morgen. Naja, es liegt wahrscheinlich an der Uhrzeit. Denn, äh, man höre und staune, es ist jetzt... 10.42 Uhr. Warte mal auf meine schlaue Uhr gucken. Ich weiß, was jetzt kommt. Studententypisch. Wenn ihr wüsstet. Oh ja, das sind Ausnahmetage. Das sind Ausnahmetage. Ich meine, gut. Im Normalfall hätte ich heute sogar tatsächlich mal einen Tag frei. Das liegt aber auch nur daran, weil ich das, was ich, was wir heute hätten, schon gemacht habe. Aber. Ja. Du musst dich später ja auch noch fragen, wie es dazu kommt, dass du trotz allen heute noch antreten darfst. Ja, ich darf trotzdem heute antreten, weil wir gestern nicht fertig geworden sind. Oh, nein. Natürlich. Und weißt du, was uns fehlt? Wir müssen nur noch, wir müssen nur noch, äh, effektiv schreiben, ähm, dass ihr in dem allgemeinen Programmteil dann die tatsächlichen Anschlüsse kennt. Den Programmteil müssen wir noch schreiben. Dafür müssen wir heute antranzen. Also, ich sag mal so, für jemanden, der in dem Ort wohnt, ist das ja, äh, nicht so schlimm. Aber wer dafür dann im Endeffekt hin zurück... 40 Kilometer fährt. Äh, genau. Also 80, äh, ist das schon böse. Für diese paar Minuten Arbeit. Ich meine, ich habe gerade noch keine Ahnung, wie es geht, weil ich mal, leider Gottes wieder das Problem habe, da sie ja auf dieses Schwachsinn... Ich glaube, wir sollten uns mal wieder, äh, hinlegen, nächtigen. Ja, nächtigen, ja. Schla... Genau, schla... Ja, so schön, schlafen eine Nacht drüber. Und dann lasse ich aus. Wir schlafen eine Nacht drüber und, äh, ja. Machen dann am Morgen unseren Cut. Genau, und machen am Morgen dann unseren Cut, damit ich mich schlau machen kann, wie ich das verdammt nochmal linke, damit wir dann weiterkommen. Also, erst mal vielen Dank fürs Einschalten zu schauen und bis in die nächste Folge. Aufnahme, äh... Ja, bis dann. Tschöööööööööö... Vielen Dank.